Gibt's was Neues? Ich hab Troy vor dem Knast bewahrt. Alles beim Heim. Ich schnapp ihn mir, wenn du dein Tattoo hast. Bleib am Ball. Okay, und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Crew. Wie wir sind... Wir sind ja schon vor dem nächsten... Kann ich hupen nochmal? Wir sind ja schon vor dem nächsten... Ähm... Vor der nächsten Mission. Und probieren wir jetzt mal aus. Hier heißt das Duell. Schauen wir mal, ob wir die kennen. Leicht! Du bist du aus meiner Power, ha? Du willst das 510-Tattoo? Wer bist du? Dein Ersatz. Falls du mich nicht auf der Piste schlägst. Du siehst den Ort auf deiner Karte. Schaffen wir. Easy going. Ihr zwei habt Streit. Das ist nicht gut für mich und mein Revier. Ich muss einen meiner Männer nach St. Louis schicken. Das läuft folgendermaßen. Der Sieger wird befördert. Der Verlierer nimmt's als Lektion fürs Leben und der Stress ist vorbei. Okay. Der Sieger hier kommt seinem Tattoo einen Schritt näher. Der Sieger wird kein Problem besteht... Nö, ca witzender ölkuliert paths auf dem Platz. Der Sieger, durch den Blick einer R aşter też klammer advantage. Er wird weniger Prozess gewakt. Wo kann man die holen? Mobiler... Mobiler Tuner hier. Ähm... Aber... Äh... Hilfe... 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 Die holen? Nein, so. Ich muss ja kurz mal auf die Karte schauen. Irgendwo hat was gewinnen. Das sind kleine Events. Das heißt, durch die Stadt fahren und viel, viel gewinnen. Oder wir fahren... Ich will nochmal die Straßentunung nochmal mit meinem Auto betreten. Und schauen, ob ich mir ein besseres Kit kaufen kann. Was ich hoffe. Wo ich eine bessere Beschleunigung rauskriege. Weil das Auto ist soll ab. Oder wir wachsen. Oder noch ein anderes Auto. Wenn ich hier so eine schnellere Beschleunigung habe. Dann kommt noch jemand. Boom. Fahrzeug. Performance mäßig. Ja... Baumein. Zuganlage. Baumein. Motor-Kern. Macht alles schlecht. Warum nicht dann? Reifen. Baum ein. Steuergerät. Warum nicht dann? Brasspuff. So. Jetzt schauen wir mal. Ok... Okay... schab Давайте gucken die personn heavens nochmal überleitet. Was mein Geld ist. Ich mach mal das. Wmal ein Ding. Um... Tsch... Gearscheinen,ении draußen herhaben dazu. Na Imperial voraus. hat schon kacke aus bei der aufgebung darauf gibt mehr kacke aus mutter habe recht gut hinterflügel reif seitenschwelle die sieht schon cool aus die auspuffers und die maldiener jetzt die richtig hier Verstattung sowas hier Schildes weiß die liebte aufkleber brauchen keine Farbe Schau ich gerade sowas kann man da noch nehmen Orange hat auch cool aus was das ist so Okay, passt. Jetzt können wir es noch mal probieren. So, probieren wir es jetzt noch einmal. Okay, passt. Schaut schon mal viel besser aus. Ich bin leicht verkühlt. Ich will das ganz einfach noch einmal hier das Duell spielen. So, die Mission beginnt gleich. Ja, wer bist du? Erforderliche Fahrzeugstufe 20. Wir haben 57 und schaffen es nicht. Ah, etwas peinlich. Der Sieger hier kommt seinem Tattoo einen Schritt näher. Nein, nein, nein. Aber es schaut schon besser aus. Viel besser. Es schaut aber schon viel besser aus. Wir müssen einfach nur noch andere Sachen spielen. So, Berlin ist Stufe 100. Können wir dann probieren, das hier zu schaffen. Wir verstanden aber, was es andere Sachen gibt. Da hinten können wir irgendwas holen. Eine Straße weiter. Was ich mit dem Auto geklappt. Ich bin grün, gell? Ich bin grün. Was bitte. So, mal reinsetzt das Auto. das ist der johannes guter freund Schau uns das hier mal an Vollgas um die Kurve hier rein das hier jetzt Vollgas Oh shit, oh shit Uh, das wackelt das Auto Uh Ich bin froh wenn ich irgendwas krieg bitte mit dem Auto mit dem Sportwagen mitten am Geländer herumfahren 120 kmh also bitte Ja komm, Browser holen uns bitte bitte Hier bin ich sogar mit Browser zufrieden obwohl ich Browser überhaupt nicht mag Nein Ja, nein, machen wir noch Nochmal Bei 8 oder so Oder jetzt schon bei 6 So das holen wir uns auch noch Hier holen wir uns Sind noch Und Vollgas Und Gib Gas Ja Ja, nein Ja, ich hab raus Das Wollte ich auch gar nicht Ja, dieses Teil einbauen Bessere Aufhängung Boah In echt wär das total scham Hihihi Ähm Wo hatten wir jetzt Was ist das Kein Teil zu verdienen Kein Teil zu verdienen Kein Teil zu verdienen Kein Teil noch nicht Gesperrt Da unten hatten wir aber noch was Nämlich die Liebte Soundtest Tests Ja Ja Hier ein Sprungtest Wegpunkt Hinfahren Springen Und Otto aufbessern Wohin muss ich grad aus So Kein normaler Mensch fährt da mit 80 kmh durch also So So Sonst mal wieder Aus der Strecke Und jetzt noch mal Drift Okay doch Sorry Reg dich mal nicht auf Jetzt geben wir dort den Gas So Hibes Einen Kilometer noch Und Die Aufnahme Hört auch gleich auf Perfektes Timing Oder 50 Schnell das Machen Ja schön Danke Der ist ja irgendwie wie langsamer beschleunigt Die Beschleunigung ist echt schlecht bei der Mord Schulbus Schulbus Fahren Sonst geben wir gleich Vollgas Sprungtest Wohin? Ah da hinten Ah Bro Gar nichts Nochmal Ja Ja Aber Ich probier's beim nächsten Mal Lass die Folge bis hier stehen und sag Tschüss Tschüss